Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Bei uns auf Schalke ist ja transfertechnisch wieder mal einiges los. Bedingt durch den Abgang von Marvin Pieringer könnte es auch sicherlich sein, dass diese Woche in Sachen Neuzugängen ein bisschen was passiert. Und es gibt auch interessante Updates zu Marius Bülter, Tim Skake und Maxim Leitsch, über die wir hier und heute nochmal ausführlich reden. Ansonsten gibt es auch News über unsere Heimtickets für die zweite Liga. Auch dort habe ich nochmal alle Infos für euch zusammengefasst. Also lasst uns reingehen in die aktuellen Schalke News. Und loslegen mit einer Neuigkeit zu Maxim Leitsch, denn dort taucht nun die Frage auf, ob Leitsch möglicherweise doch bei Mainz 05 bleibt und somit kein Kandidat für uns und unsere Innenverteidigung sein wird. Denn grundsätzlich ist ja das Gerücht schon seit einigen Tagen da. Schalke hat großes Interesse an Maxim Leitsch und würde ihn sehr, sehr gerne für die Innenverteidigung holen. Und auch sein ehemaliger Verein, der VfL Bochum, ist ja am Innenverteidiger dran. Und eigentlich sah es ja auch ganz stark danach aus, dass Mainz 05 und Maxim Leitsch getrennte Wege gehen. Und nicht umsonst wurde er auch deswegen konkret mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Aber wie der Kicker nun vermeldet, sei er weiter fester Bestandteil von Mainz Planungen. Das habe wohl auch deren Sportvorstand Christian Heidel dem Fachmagazin am Sonntag gegenüber bestätigt. Und da kann man jetzt sicherlich darüber diskutieren, was da dran ist und wie die ganze Planung jetzt auch eben mit Maxim Leitsch aussieht. Denn Bo Svensson, der Trainer von Mainz, hat die ganze Geschichte mal folgendermaßen zitiert oder besser gesagt ausgedrückt. Der Plan ist klar. Es lief für beide Seiten nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber jetzt kommt ein Neustart. Ich weiß auf jeden Fall, welche Qualitäten er hat, in der Bundesliga zu spielen und Mainz 05 zu helfen. Und deswegen ist man wohl auf jeden Fall in Mainz bereit dazu, Leitsch eine neue Chance zu geben, um ihn eben auch in der Bundesliga auszuprobieren. Weil Bo Svensson, Mainz Trainer, eben auch ein großer Befürworter war des Transfers im vergangenen Sommer. Und trotzdem ist Schalke weiterhin stark interessiert und trotzdem ist auch ein Transfer zu uns weiterhin durchaus möglich. Denn Leitsch selber sieht sich wohl eher wieder im Ruhrgebiet. Doch das hört man eben immer wieder raus. Und Svensson hat auch nochmal klar gemacht, die ganze Geschichte macht eben auch nur Sinn, wenn sich Leitsch in der Vorbereitung so sehr in den Fokus spielt, dass man tatsächlich mit ihm plant. Und on top bemüht sich Mainz auch um einen Innenverteidigertransfer. Also man will auf der Position mindestens mit einem Neuzugang nochmal nachlegen. Und deswegen hat man aktuell eben noch keinen, wodurch Leitsch eine neue Chance bekommen kann. Aber es könnte auch in ein paar Wochen wieder ganz anders aussehen. Und Leitsch wird Mainz dann doch verlassen. Also man kann auf jeden Fall hier festhalten, die Geschichte rückt vielleicht jetzt erstmal für uns Schalker ein Ticken mehr in den Hintergrund. Und trotzdem ist sein Transfer noch lange nicht auszuschließen. Für mich auf jeden Fall sehr interessant, wie Schalke jetzt hier handelt. Denn ich glaube, wir sind uns ja alle einig. In der Innenverteidigung brauchen wir mindestens einen Neuzugang. Auf jeden Fall auch einen Top-Neuzugang, der neben Marcin Kaminski ganz klar auch den Anspruch mitbringt, Stammspieler zu sein. Sepp Vandenberg und Maxim Leitsch sind dort die Favoriten. Ich glaube, bei Vandenberg ist es sogar nochmal schwieriger. Bei Leitsch wird jetzt auch erstmal zumindest mal ein Ticken komplizierter werden als vielleicht gedacht. Möglicherweise muss sich Schalke dann hier erstmal nach einem anderen Innenverteidiger umschauen. Nach einem neuen Stürmer will sich ja Schalke nicht umschauen, trotz des Abgangs von Marvin Pieringer. Und dort gab es ja auch bei vielen die Diskussion darüber, ist das denn jetzt die richtige Entscheidung gewesen, Marvin Pieringer zum 1. FC Heidenheim zu verkaufen und warum hat er sich überhaupt dazu entschieden? Die ganze Geschichte hängt auf jeden Fall auch sehr, sehr stark mit Simon Terodde ab. Denn Schalke setzt ja in der 2. Bundesliga ganz klar auf die Erfahrenen im Sturmzentrum, Sebastian Polter und Simon Terodde. Und genau das zeigt eben auch der Abgang von Marvin Pieringer. Denn Terodde und Polter sind ganz klar eingeplant und Pieringer wäre erstmal nur Stürmer Nummer 3 gewesen bei uns auf Schalke. Und genau das wollte er eben nicht. Also auch Pieringer wollte ganz bewusst jetzt Schalke verlassen und wir haben ja dann dafür ca. 1,8 Millionen Euro bekommen. Und diese Summe kann ja durch Bonuszahlungen noch auf 2 Millionen Euro ansteigen. Und deswegen kann man natürlich darüber diskutieren, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, ja oder nein. Klar ist aber, die Verlängerung von Simon Terodde, die kam auch durchaus für Marvin Pieringer überraschend. Und deswegen hat sich eben auch Schalkes Planung im Sturmzentrum grundsätzlich verändert. Denn sonst hätte man wahrscheinlich auch in Liga 2 neben Sebastian Polter mit Marvin Pieringer geplant. Zumindest dann, wenn er eben auch seinen Vertrag über 2024 hinaus verlängert hätte. Und auch dann wäre Keke Top der dritte Stürmer gewesen, was er ja eben nun hinter Terodde und Polter ist. Und trotzdem, ja, gibt es natürlich auch durchaus Kritik. Und wie man auch hört, laut der WAZ ist diese Entscheidung von Schalke eben auf die beiden Ü30-Tolger zu setzen. Und eben nicht auf Marvin Pieringer. Ja, durchaus so, dass die auch in unserem Umfeld auf Schalke teilweise kritisch gesehen wird. Trotzdem gibt es natürlich auch bei uns grundsätzlich auf Schalke eine gute Stimmung. Man ist sehr zuversichtlich. Man hat auf jeden Fall auch einfach Lust auf diese zweite Bundesliga-Saison. Und das eben nun ohne Marvin Pieringer. Ein Transfer, den ich auf jeden Fall verstehen kann. Ich kann aber auch sehr, sehr gut verstehen, wenn manche sagen, ja, den hätte man eigentlich dann doch lieber auf Schalke weiterhin gesehen. Trotzdem, rein sportlich, rein finanziell, macht natürlich auch für ihn durchaus mehr Sinn, eben jetzt Schalke verlassen zu haben. Und Schalke verlassen wird ja wohl möglich auch Marius Bülter. Und der Wechsel zu TSG Hoffenheim könnte wohl nun tatsächlich kurz vor dem Abschluss stehen. Denn, wie die WAZ berichtet, besser gesagt deren Reporter Robin Haag in ihrem Format WAZ 1904 der Talk, liegen Schalke und Hoffenheim nur noch ein paar hunderttausend Euro auseinander. Und das ist sicherlich Geld, wo man sich auch am Ende auf jeden Fall einigen wird. Mittlerweile verlangt Schalke vier Millionen Euro. Von dieser Summe wird man aber laut Robin Haag definitiv nicht mehr abrücken. Man ist ja mit fünf Millionen Euro in die Verhandlungen reingegangen. Vier Millionen Euro will man jetzt auf jeden Fall haben. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine Summe, mit der man, finde ich, auf jeden Fall durchaus leben kann. Und deswegen soll es hier wohl auch zeitnah zu einer Einigung kommen. Klar, lässt sich Hoffenheim darauf nicht ein. Dann wird der Transfer mit der TSG erstmal platzen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die ganze Geschichte jetzt nicht an ein paar hunderttausend Euro scheitern wird. Und deswegen ist eben das ganze Ding wohlmöglich auch schon kurz vor dem Abschluss. Trotzdem ist es auch so, dass Marius Bülter jetzt erstmal wieder bei uns im Mannschaftstraining mit dabei ist. Er ist auch erstmal von Thomas Reis fest eingeplant. Aber ein Wechsel nach Hoffenheim ist auch laut der Bild-Zeitung trotzdem weiterhin sehr, sehr gut möglich. Und wie gesagt, die Watz hat eben auch vermeldet, dass es hier schon sehr, sehr gut aussieht. Und nur noch an ein paar hunderttausend Euro hängt. Und logisch können wir jetzt auch erneut das Thema aufmachen mit der Diskussion über die Ablösesumme und die Wichtigkeit von Marius Bülter. Und trotzdem bin ich durchaus zuversichtlich, dass wir zum einen das Geld für Marius Bülter wirklich gut gebrauchen können, um uns grundsätzlich im Kader nochmal besser und anders aufzustellen. Und dass es eben auch jetzt einfach ein guter Zeitpunkt ist, ihn zu verkaufen, wenn er eben auch einfach selber das möchte. Und deswegen finde ich es, macht das im Großen und Ganzen auf jeden Fall Sinn. Und laut der Watz ist auf jeden Fall auch klar, dass dann Tim Skarke als möglicherweise auch 1 zu 1 Ersatz für Marius Bülter vorgesehen sein wird. Und auch dann dieser Deal festgezurrt werden kann, sollte ihm dann auch Bülter verkauft werden. Weg von den Transferthemen hin zu einem Thema, was natürlich für uns Fans unglaublich wichtig ist. Und das sind die Tickets für die 2. Liga. Denn der Andrang bei uns ist natürlich wieder riesig. Die Dauerkarten sind schon wieder alle verkauft. Alle wollen ins Stadion. Alle wollen unsere Mannschaft unterstützen. Und deswegen gibt es auch hier jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst die wichtigsten Informationen für den Tageskartenvorverkauf. Denn Ende Juli geht es ja für uns los in der 2. Liga mit dem Auswärtsspiel im HSV. Besonders interessant sind aber natürlich unsere Heimspiele. Und genau dafür gibt es ab Donnerstag, dem 6. Juli, um 10 Uhr Tickets. Also merkt euch auf jeden Fall den Termin, wenn ihr Tickets haben wollt für die Hinrunde, für die ersten Heimspiele der Saison. Dann müsst ihr am Donnerstag um 10 Uhr auf jeden Fall wach sein, dabei sein, Zeit haben, euch irgendwie Tickets holen zu können. Und ihr müsst Vereinsmitglied sein. Denn unsere Vereinsmitglieder, die erhalten die Tickets für alle Heimspiele der Hinrunde. Die gehen eben dann in den Verkauf und sollten dann am Ende nochmal Tickets übrig bleiben. Dann wird es auch einen freien Vorverkauf geben, wo eben auch Nicht-Mitglieder Tickets holen können. Aber jetzt wird eben dann schon sehr, sehr viel abgegrast werden von den Mitgliedern, die eben dann ab Donnerstag um 10 Uhr zuschlagen können. Erworben werden können dabei pro Mitglied bis zu 4 Tickets pro Hinrundenspiel, pro Heimspiel. Und das entweder online, telefonisch oder auch direkt auf dem Berger Feld im Service Center. Schalke 04 selber empfiehlt aber den Kauf über den Online-Shop. Und um dort die Last zu steuern und auch bestmögliche Erreichbarkeit des Shops zu sichern, werden digitale Warteräume eingerichtet. Und der Kauf kann im Shop dann noch schneller abgeschlossen werden, indem bereits vorher der Login-Prozess in das eigene Mitgliedskonto abgeschlossen wird. Also meldet euch vorher schon mit eurem Mitgliedskonto an, kurz vor 10 und dann seid da eben auch etwas zügiger mit dabei. Und eben dann mit dem Start des Vorverkaufs um 10 Uhr werden alle Nutzer im Online-Shop zufällig im digitalen Warteraum verteilt. Sprich, wenn ihr zum Beispiel deutlich vor 10 Uhr schon auf unserer Seite seid, auf der Seite von unserem Shop seid, ich rede immer aus unserer Sicht, weil wir ja alle Schalker sind, dann bringt das keine Vorteile und ist auch nicht nötig. Das ist die offizielle Aussage von Schalk. Also wenn ihr zum Beispiel um 9 Uhr schon auf der Fanshop-Seite seid, ist das kein Vorteil. Ab 10 Uhr wird per Zufall einfach in die Warteräume die ganzen Fans eben verteilt. Und wie gesagt, je nach Verfügbarkeit wird es dann anschließend auch noch einen freien Vorverkauf geben. Und sollte das der Fall sein, dann wird Schalk auch darüber zeitnah und rechtzeitig logischerweise informieren. Und voraussichtlich im Dezember beginnt dann nach dem gleichen Modell der Vorverkauf für die Heimpartien der Rückrunde. Somit also erstmal zu den Fakten. Donnerstag, 6.7. um 10 Uhr können Mitglieder vier Tickets pro Heimspiel erwerben. Und da gilt eben, wer zufällig als erstes da ist, der hat eben dann auch die besten Chancen. Trotzdem sorgt natürlich auch die ganze Geschichte durchaus für Kritik. Und auch das möchte ich jetzt hier nochmal mit reinbringen. Denn was viele Fans teilweise kritisieren, ist eben, dass Mitglieder diesen exklusiven Vorteil genießen dürfen. Eine Kritik, die natürlich verständlich ist für die, die keine Mitglieder sind. Aber es ist sicherlich auch verständlich, dass Mitglieder genau solche Vorteile genießen dürfen. Und eine Kritik, die auch durchaus da ist und auch nochmal größer ist, und da gehe ich auch vollkommen mit, ist eben, dass alle Tickets für alle Heimspiele der Hinrunde jetzt zu kaufen sind. Und das sehe ich persönlich auch extrem negativ. Denn wir wissen ja teilweise noch gar nicht, wann wir im November, Dezember im Heimspiel gegen eine Mannschaft eben dann spielen. Also ob Freitag, Samstag oder Sonntag. Und man muss sich eben dann schon jetzt Tickets für genau solche Spiele sichern. Finde ich, ist 0,0 gut gelöst. Im letzten Jahr war das sogar noch schlimmer. Da war es ja für die komplette Saison so. Jetzt zumindest mal unterteilt in Hinrunde und Rückrunde. Trotzdem kann ich persönlich das aus Fansicht nicht nachvollziehen. Ich bin der klaren Meinung, es wäre viel, viel sinnvoller, immer zwei, drei Heimspiele geballt im Paket anzubieten. Eben dann halt die nächsten zwei bis drei, wo du auch ganz genau weißt, an welchem Tag und welche Uhrzeit das Spiel stattfindet. Ob du eben auch selber als Fan Zeit hast oder nicht. Ich glaube so werden auch ein paar Tickets vielleicht dann liegen bleiben oder dann über einen Schwarzmarkt weitergeleitet werden, weil du eben selber vielleicht dann doch keine Zeit hast, obwohl du Tickets geholt hast. Weil es gibt ja auch bei uns keinen offiziellen Zweitmarkt. Was ich auch kritisch sehe, es hieß ja mal, wir Schalker hätten jetzt den besten Ticketshop, den es gibt. Als das ja vor einem Jahr alles erneuert wurde. Boah, da sehe ich auf jeden Fall noch ordentlich Nachholbedarf und kann auf jeden Fall diese Kritik vollkommen verstehen, dass man eben jetzt alle Hinrunden Heimspiele auf einmal in den Shop reinstellt. Es wäre viel, viel sinnvoller, das Heimspiel für Heimspiel oder vielleicht auch Monat für Monat zu machen. Das würde viel, viel mehr Sinn machen und eben vielleicht auch das Aufkommen im Shop mit der Menge an Fans auch ein bisschen regulieren. Aber gut, am Ende sind wir alle nur Fans und haben dahingehend nichts zu sagen. Das ist dann eher Abteilung IT, wobei sicherlich auch wir Fans da mitreden sollten. Aber gut, mal gucken, ob das irgendwann nochmal ein bisschen geändert wird, sehe ich auf jeden Fall kritisch. Aber trotzdem, merkt euch den Termin, Donnerstag 10 Uhr geht es los mit dem Vorverkauf unserer Heimspieltickets für die Hinrunde. Und jetzt könnt ihr aber gerne eure Meinung zu den verschiedenen Themen in die Kommentare schreiben. Heute einerseits viele Transfer-Themen mit dabei, ich wollte aber auch das Ticket-Thema durchaus ausführlich für euch auffahren, weil es sicherlich auch sehr, sehr interessant ist für euch und auch Platz finden sollte auf diesem Kanal. Also eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!